Der heurige Jahreswechsel ist keiner wie gewohnt. So sehr das abgelaufene Jahr geprägt war vom unberechenbaren Coronavirus, so sehr hoffen alle Landsleute auf ein im eigentlichen Sinn neues Jahr, das eine Wende bringen möge. Diese außergewöhnliche Situation ist auch Anlass und Thema der Worte von Landeshauptmann Thomas Stelzer zu diesem Silvesterabend. Liebe Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, mit dem Jahr 2020 liegt ein Jahr hinter uns, das sich wohl niemand von uns so vorgestellt hätte. Ein Jahr, das uns alle gefordert hat. Ein Jahr, in dem ein unsichtbarer, aber mächtiger Feind, das Coronavirus, unser Leben ordentlich auf den Kopf gestellt hat. Wir mussten und müssen gerade auch jetzt wieder mit Entbehrungen leben, die wir so überhaupt noch nie gekannt haben. Eben, weil das bisher die einzige wirksame Möglichkeit ist, um die Ausbreitung dieses gefährlichen Virus zu bekämpfen. Diese notwendigen Maßnahmen schränken unsere Bewegungsfreiheit ein und unterbrechen auch unser wirtschaftliches Erfolgsstreben. Aus Nähe wurde Abstand, aus Alltagsroutine wurde die Sorge, was die Zukunft bringen wird. Ja, das vergangene Jahr war schwierig und belastend für jede und jeden von uns. Und was immer über Corona gesagt oder diskutiert wird, eines ist leider unbestritten klar. Corona brachte und bringt Leid, konkret und unmittelbar. Und Corona bringt auch wirtschaftliche Probleme und Arbeitslosigkeit. Mich bewegen diese Schicksale, die diese Krankheit für viele unserer Landsleute verursacht, aber auch für viele Betriebe in unserem Land. Hinter uns liegt aber auch ein Jahr, das gezeigt hat, was Sie, liebe Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, leisten können. Welche Energie in unserem Land steckt, wie die Menschen kämpfen und sich nicht unterkriegen lassen. Oberösterreich, das ist ein Land, das zusammenhält und zusammenhilft. Ein Land, das ideenreich ist und sich auf die Hinterfüße stellt. Für all das ein ganz großes Danke. Das kann und soll uns Mut machen und Zuversicht geben für die nächsten Monate. 2020 ist in wenigen Stunden vorbei. Morgen stehen wir am Beginn eines neuen Jahres. Wir erleben diesen Jahreswechsel zwar im Lockdown, aber ich bin für 2021 zuversichtlich. Denn es gibt ein neues, wirksames Mittel gegen dieses Virus. Es gibt einen Impfstoff und die Impfungen haben auch schon begonnen. Diese Medizin gibt Hoffnung, sie bedeutet Schutz und mit ihr können wir unser wichtigstes Ziel erreichen, nämlich die Krankheit zu besiegen und die Krise zu beenden. Wir sind in Oberösterreich fest entschlossen und werden mit ganzer Kraft daran arbeiten, uns Stück für Stück unser gewohntes Leben zurückzuholen. Wir werden weiterhin Gesundheit schützen und Wirtschaft und Arbeitsplätze unterstützen. Dazu haben wir auch unseren Oberösterreich-Plan, mit dem wir in allen Regionen unseres Landes investieren, rasch und konsequent helfen und was mir besonders wichtig ist, Chancen und Möglichkeiten für unser Land für die Zeit nach der Krise schaffen. Liebe Landsleute, ein Jahr der Arbeit, aber der Zuversicht liegt vor uns. Helfen wir weiter zusammen, machen wir gemeinsam Oberösterreich wieder stark. Wie wohl alle in diesem Land habe ich einen großen Wunsch. Ich möchte heute in einem Jahr an dieser Stelle sagen können, es geht wieder besser, es geht weiter aufwärts. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen nicht nur ein gutes, ein gesundes und zufriedenes 2021, ich wünsche Ihnen von Herzen ein besseres Jahr 2021. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.